Im Februar begleitet uns bei Unser Sonntag Andrzej Dominik Kuczynski. Er stammt aus Polen, wurde 1978 in Warschau geboren und wurde nach der Priesterausbildung in Bonn und Köln 2009 zum Priester für das Erzbistum Köln geweiht. 2017 wurde er zum Thema Naturrecht in der Gegenwart, Anstöße zur Erneuerung naturrechtlichen Denkens im Anschluss an Robert Spellmann promoviert. Nach seelsorgerlichen Einsätzen in zwei Pfarrgemeinden in Düsseldorf und Bonn sowie nach der Zeit als Studienpräfekt und Subregenz im erzbischöflichen missionarischen Priesterseminar Redemptoris Mater Köln ist er seit 2020 an der römischen Kurie tätig. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu sagen, dass sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu bieten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm, Alle suchen dich. Er antwortete, lasst uns anderswohin gehen in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde, denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch ganz Galiläa, verkündete in ihren Synagogen und trieb die Dämonen aus. Ein Gott mit vollem Terminkalender. Jesus ist beschäftigt. Er hat viel zu tun. Schon am ersten Tag seines Wirkens ist sein Terminkalender voll. Können wir uns nicht gut vorstellen, dass dieser Jesus in unsere Zeit hineinpasst? In die Zeit des Keine-Zeit-Habens? Oder in etwas abgemilderter Form, die wir Priester manchmal versucht sind zu benutzen, ich bin momentan viel unterwegs? Und doch, beim Nähern zu sehen, entzieht sich dieser Jesus unseren gewohnten Schablonen. Denn Aktivist ist er nicht. Ein fleißiger Eiferer für Gottesreich, das in seiner Person sich den Menschen als Angebot angenähert hat, schon. Sein Erkennungszeichen ist nicht ein Hamsterrad, das sich zwar dreht, bei dessen Drehen aber sich nichts anderes mitdreht. Vielmehr wären es seine Hände, die eine, die zum Lehren erhoben wird, und die zweite, welche die Kranken und andere Hilfsbedürftige wieder aufrichtet. Beides begegnet uns bereits im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums, in dem dazu der Ausdruck »Kai oitis« sofort, sogleich, sogar achtmal vorkommt. Ein Beweis für die Dringlichkeit und die schnelle Entfaltung seiner Mission. Warum ist aber Jesus so in Eile? Was treibt ihn denn? Dies wurde uns ein paar Verse vorher durch Markus erklärt. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Also ist Jesus kein Promi oder Influencer, der von der Anzahl seiner Follower lebt und sich von ihnen feiern lässt. Jesus flieht vor seinen Followern, wenn es sein muss. Jesus hat einen vollen Terminkalender, geht aber in seinen Aktivitäten nicht auf. Und das merken wir am nächsten Tag, an dem er sich zum Gebet zurückzieht. Er flieht vor den Menschen, um mit dem Vater allein zu sein. Gottes Sohn muss frei bleiben. Aber dieser Rückzug erfolgt wegen seines Dienstes an den Menschen. Er flieht in die Gegenwart des Vaters, um aus dieser Gegenwart heraus wieder in die Gegenwart seiner Mission entsandt zu werden. Die Mission darf kein Leerlauf sein. Vielmehr muss sie ständig aus seiner innersten Identität, der einzigartigen Einheit mit dem Vater, gespeist werden. Er muss predigen, wie es am Ende des heutigen Evangeliums heißt, denn dazu ist er gekommen. Nun ist die Verbform, die hier benutzt wird, ex-elton, eigentlich nicht kommen, sondern herausgehen. Man kann hier an seinen Ausgang aus Kafarnum denken, aber es geht auch tiefer. Sein Herausgang vom Vater ist gemeint, wenn wir einige Parallelen im Johannes-Evangelium heranziehen. Markus zeigt von Anfang an, wie sich die Lawine dieses Heils unaufhaltsam ausbreitet. Menschen von immer neuen Dörfern werden seine Zeugen. Was ist aus dieser Lawine noch in unserer Zeit geblieben? Hat Christus noch die Chance, in uns seinen vermeintlichen Nachfolgen die nächsten Ortschaften zu erreichen? Wenn man an die schwindenden Zahlen der Gottesdienstbesucher, die hochschnellen den Kirchenaustritte, die aufgegebenen Gotteshäuser, die immer weniger werdenden Priester, die Veralterung der Kirchenmitglieder und alle anderen mehr oder weniger bekannten Krisenphänomene, von denen ständig und so ausführlich von allen Seiten berichtet wird, denkt, dann könnte man daran zweifeln. Es mutet nahezu grotesk an, ihn nach außen bringen zu wollen, da wir manchmal selbst unter uns darüber zerstritten sind, was es eigentlich heißt, Christusjünger zu sein. Was oder wen soll ich denn bezeugen? Was darf ich noch hoffen? Können wir erneut mit Kant fragen. Und was soll ich tun? Auch diese kantische Frage wird dann grundsätzlich virulent, wenn es heißt, unser Gewissen ist nicht mehr eine Antenne für Gott, sondern die letzte gesetzgeberische Instanz meines Lebens. Dahinter gibt es keine Appellationsmöglichkeit mehr. Conscientia locuta causa finita. Sorry, lieber Gott, aber mein Gewissen sagt mir, du musst noch etwas warten. Ich entscheide selbst, wann du denn ins Spiel kommst, wenn überhaupt. Damit zeigen wir jedoch, dass wir vom Herausgang Jesu, räumlich vom Kafarnaum und im weiteren Sinne vom Vater, nicht viel verstanden haben. Papst Franziskus spricht in seinem ganzen Pontifikat von Gott, der herausgeht, der zu den Menschen hingeht. Wenn wir uns aber so zwanghaft an unsere individualisierten Selbstbestimmungsschablonen festklammern, dann können wir das Befreiende, das Weite, das Neue der Perspektive Gottes nicht erfahren. Unser vermeintliches Gewissen, bzw. das, was wir für Gewissen halten, hält uns dann in unserer solipsistischen Kapsel gefangen. Wir stecken im nach unserem Maß geschnitzten Kafarnaum der beziehungslosen Autonomie fest. Denn wir haben letztlich die Angst, von jemandem instrumentalisiert zu werden. Wir wurden vielfach durch bestimmte kulturelle Strömungen so erzogen. Damit du dich realisierst, musst du dich nur von deinem Willen leiten lassen. Sonst wirst du zu einem Instrument des Anderen. Und wir wurden sogar überzeugt, die Ersten, die dich instrumentalisieren wollen, sind die, die dir von einem guten Gott erzählen. Dabei instrumentalisiert Gottes Sohn niemanden, lässt sich aber auch nicht in unsere Vorstellungswelten von Gott hineinzwängen. Das zeigt sich nochmal deutlich im heutigen Evangelium. Denn, selbst das Wort, mit dem die Suche Jesu durch seine Jünger bezeichnet wird, also nacheilen, hat sonst in der Bibel eher feindliche Konnotationen. In der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes benutzen die Psalmisten es oft, um ihre Verfolgung durch ungerechte Feinde zu beklagen. Es wäre also eine scharfe Aussage. Ein Zeichen dafür, dass sich Jesus nicht benutzen lässt, ist auch sein Schweigegebot an die Dämonen. Sie dürfen seine wahre Identität nicht verkünden, da dies seine Sendung beeinträchtigt. Er möchte nicht als bloßer Wundertäter bzw. politischer Messias missverstanden werden, Funktionen, die ihm rasch einen hohen Zulauf garantieren, aber ihn verharmlosen würden. Diese Gefahr besteht nach wie vor zu allen Zeiten. Auch heute muss Jesus mit verschiedenen Vorstellungen über ihn ringen. Es gibt Menschen, die in ihn etwas hineininterpretieren, was konkreten Interessen entspricht, die versuchen, ihn zu vereinnahmen, seine unbequeme Botschaft zurechtzubiegen, damit sie uns besser passt. Manche versuchen, Jesus zu aktualisieren, aber so, dass er am Ende zur Projektion unserer Wünsche, zu einem Ja-Sager unserer Eigenwilligkeit, zu einem Pagen unserer Weltbesserungsprojekte mutiert. Jedes gute Anliegen kann pervertiert werden, wenn menschliche Lösungen Jesus aufgezwungen werden, ohne auf seine Lösungen zu warten. Wir dürfen ihn nicht mit unseren Sehnsüchten gleichsetzen, denn es ist letztlich die Wahrheit des Christentums. Gott kommt von außen auf uns zu. Extranos. Er ist der Weg. Und er bietet ein besseres Paradies als das, das wir uns ausdenken können. Deswegen die zwei Markenzeichen von Jesus. Lehren und Heilen. Wort und Tat. Beides schwer anzunehmen in einer Welt voller Individualisten, in der jeder sein eigener Lehrer und Heiler zu sein scheint. Auch hier kommt die Freiheit ins Spiel. Lehrer mit Autorität werden eher bekämpft. Vor allem durch solche, die zwar Argumente der Freiheit benutzen, sie aber von der Wahrheit trennen. Das kann am Ende zu einer Tyrannis werden, weil mich keiner mehr vor der Freiheit des Stärken schützen kann. Es gibt dann keinen, der mich vor mir selbst schützen will. Es gibt immer Stärkere, die es auf Kosten der schwächeren Bereichen wollen. Leider beherrschen sie manchmal die Tarnkunst gut, eine Freiheit zu predigen, die versklart. Was wäre also die Aufgabe von Jesus, der der wahre Messias Christus ist? Das Reich Gottes zu verkünden und gleichzeitig zu vollziehen. Den Menschen in die Weite seiner mit Gottes Heilsplan kompatiblen Freiheit zu führen. Es ist aber auch die Aufgabe der Kirche, sich durch die Propaganda dieser Welt nicht instrumentalisieren zu lassen, sondern Gott den anderen zu bringen und dabei mit der eigenen Zeit nicht zu sparen. Und auch die Dringlichkeit dieser Aufgabe zu erkennen. Denn zu viele Menschen kennen Gottes Liebe noch nicht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!